Und ein Moinzen zum News-Podcast dieser Woche und wir sind auch wieder, oder ich bin wieder in der Zentrale quasi, hier in Ansbach zurück. Wir legen los, wie gesagt, ihr habt wieder alle Quellen, soweit es geht. Ihr wisst ja, manchmal ist die Videobeschreibung oder Videokasten drunter, die Beschreibungskasten, ein Ticken zu klein fast. Deswegen werden manchmal ein paar Links gekürzt oder so, aber sonst normalerweise ist alles drin. Und Stand der Aufnahme ist jetzt hier so der 11.3. heute Donnerstag, 12.30 Uhr, 13.00 Uhr, so um den Dreh. Wir legen los, vom 5. März tatsächlich vorgehen bei Kopfverletzungen, weiter unter Beobachtung, mehr Fokus auf die Absicht, Regeln bei Handspiel sollen einfacher werden. Ein Kickerartikel finde ich, ja, wie es so klingt, ist es echt in Ordnung. Dann, ne, wichtigste Änderungen hier, zukünftig soll nicht jedes Mal, wenn der Ball eine Hand oder ein Arm eines Verteidigers berührt, auf 5 Meter entschieden werden. Vielmehr sollen die Unparteiischen beurteilen, ob das Handspiel absichtlich begangen wurde oder eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche bzw. eine unnatürliche Körperwägung vorliegt. Dann gibt es auch weiterhin 11 Meter. So, das haben sie quasi auch gesagt, eingesehen, ne, wir sind ein bisschen zu weit gegangen, gehen einen Schritt zurück. Finde ich nicht verkehrt, finde ich nicht verkehrt, finde ich gut, wenn es halt so durchgesetzt wird, ne. Dann noch kurz zum Spiel, ähm, gegen die Frankfurter oder eher daneben, neben Schauplatz quasi. Damit wäre der Hildebrand-Rekord gerettet, da eben der Castells ja wieder, ähm, ja, mindestens eine oder jetzt natürlich auch zwei in Hoffenheim kassiert hat. Dadurch ist der gegentorlose Rekord, ähm, von Hildebrandt, äh, hat weiter Bestand. Das müssten irgendwie an die 900 Minuten sein, irgendwie 880 Minuten, irgendwie sowas grob, ähm, müsste in den 2003, 2004 so in der Richtung gewesen sein. Und dann hier, verdienter Punkt, ähm, beim Champions-League-Kandidaten, neueste Saisonsee-Baden-Württemberg-Meister, weil, wenn man sieht, Hoffenheim, äh, gegen die wir am Sonntag spielen, sind drei Punkte hinter uns auf Platz 11 und die Freiburg ist ein Punkt vor uns auf Platz 8. Also sind wir halt quasi genau in dem Bereich gerade, ähm, und dann, steile These, vielleicht aber hat einer geschrieben, seit gestern bereitet man sich auf die neue Saison vor, rigoros wird auf Spieler mit Zukunft gesetzt. Gestern kam keiner zum Einsatz, den man nicht über die Saison hinaus halten will, guter Weg, ich hoffe, man zieht es durch. Die Frage, ob man das wirklich so direkt schon aussagen kann, aber, ne, ein Castro auf der Bank, was wir auch schon manchmal gesehen haben, deswegen auch nichts ganz untypisches. Die Davies auch auf der Bank geblieben, du hast schon Koulibaly gesehen, du hast, einen Klimawitz gesehen und so weiter, also es könnte, könnte vielleicht schon minimal was dran sein, aber du wirst halt, ne, die nächsten Spiele sehen, Hoffenheim, Bayern und so weiter, wie ihr da aufstellt. Aber, könnte steile These sein, die sich ja vielleicht auch bestätigen könnte. Dann, Frau Schübert, zwei weitere Interessen für Karl Leitschitsch, da ist ja die Rede von, wo sind sie denn? Von West Ham und von AS Rom. Ja, können gerne Interesse haben, sollen sie machen, aber nö, lasst mir, lasst den Sascha in Ruhe. Dann hier auch ein schöner Spiel ganz oben rechts, quasi Außenverteidiger mit quasi Vorlagen und wichtigen Pässen und so weiter, ist Sosa sehr, sehr weit oben im europäischen Top-5-Ligen-Vergleich, also ganz, ganz weit rechts oben. Richtig stark, richtig stark, also da, was da an Output kommt, sehr, sehr stark. Schön zu sehen. Dann auch ganz nett zu sehen, Entwarnung, weil Verteidiger Mavropana, da gab es da so ein bisschen Ängste, dass er sich fletzt hat, aber nachdem jetzt Matarazzo zwei Tage freigegeben hat, ist er wieder im Training dabei. Seine Warnprobleme sollen laut dem Kicker nur leichterer Natur sein, auch ganz gut. Genau, machen wir weiter. Fand ich auch geil, wie Merkel macht laut meinen Infos Stadion auf, sobald sie der Verein für Bewegungsspiele für Europa qualifiziert hat. Maribor, Split, Helsinki, Karabak, Pristina, füllen sie ihre Kühlschränke. Finde ich so geil, weil es gibt durchaus schon VfB-Fans, die, ja, vor allem auf Twitter oder, keine Ahnung, auch sehr lustiger Natur natürlich, aber die auch schon durchaus Bock hätten auf eine Saison in der Conference League und einfach wieder europäisch zu spielen. Da hat jeder seine eigene Meinung mit zu viel Belastung, direkt wieder Abstieg und die ganzen Gestricke. Dann auch sehr interessant. Laut dem Kicker könnte Matteo Klimovic in Zukunft für Deutschland auflaufen. Stefan Kunz würde den Offensivspieler gerne für die U21. DFB nominieren. Das wäre krass, könnte er ja machen. Sein Vater, auch ja Profi gewesen, hat, glaube ich, einen deutschen Pass, deswegen ist das alles so möglich. Und auch sehr interessant, außerdem könnte neben Waldemar Anton auch Marc-Oliver Kempf bald von Joachim Löw für die A-Nationalmannschaft nominiert werden. Jetzt werden wir mal gespannt. Der Löw äußert sich, glaube ich, gerade jetzt quasi auf einer PK, warum er denn nach der EM aufhört. Aber wir haben ja in knapp zwei Wochen, das Wochenende vom 28., 29.03. müsste es, glaube ich, sein, haben wir eine Länderspielpause. Das heißt, bald müsste auch die Nominierung stehen. Das wäre schon sehr, sehr cool, wieder einen zu sehen. Ich meine, klar, so lange ist jetzt auch wieder nicht her. Gomez war bei der WM 2018 auch dabei. Aber, keine Ahnung, wäre trotzdem geil, wenn du wirklich auf Dauer irgendwie immer, du hast ja sowieso schon in vielen Nationen Nationalspieler, ne, aber vor allem halt aus deutscher Sicht, wenn da wirklich ein Kempf auf Dauer dabei ist oder noch eher ein Anton auf Dauer dabei ist, wenn man so guckt, wird er noch öfter ein Anton genannt. Aber auch Kempf war sehr, sehr stark in Freiburg, äh, Freiburg, joch, in Frankfurt, aus Freiburg kam er, so rum, ähm, ist auch in die Spieltags-Elf gerückt von der Sportschau, ist da reingerückt in die Top-Elf des Spieltags. Ähm, und auch ein interessanter Info-Tweet. In den 25 Saisons seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel hätten die aktuellen 33 Punkte in 5 Saisons für den direkten Klassenerhalt und in 13 Saisons für die Delegation gereicht. Also, das kommt ja alles nicht von ungefähr, dass man schon recht sicher sagen kann, vor allem in der Saison gerade, was da unten bisher an mickrigen Punkten gesammelt wurde, dass wir in seinem Klassenerhalt zumindest schon mal durch sein. sollten. Auch wenn man natürlich im Fußball nichts ausschließen darf, ne. Wir hatten auch schon die Saison beim Gramm-Niveau, wo wir auch in Richtung Europa-League-Kurs waren, dann gefühlt, lass mich nicht lügen, keine Ahnung, neun oder zehn Spiele am Stück verloren haben und dann abgestiegen sind, ne. Aber das, die Anzeigen dafür sind halt null da, deswegen. Pellegrino Matarazzo, wir sollen ja noch genau 60 Tage davon entfernen, die Länge der Amtszeit von Hannes Wolf zu erreichen, auch sehr krass. Ähm, das war aber auch schon drei Tage her, so sind es noch 57 Tage, 56 Tage. Ähm, auch wurscht, also der Sinn des Tweets kommt raus. Könnte schon wieder einer mit der längsten Trainer sein, wenn das so alles weiterhin so top läuft. Dann wird er wahrscheinlich auch vielleicht irgendwann in Labbadia noch, ähm, wenn er halt bis zum Ende seiner Amtszeit bei uns, bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit bei uns bleibt, würde er auch in Labbadia, glaube ich, über, ähm, überholen. Dann haben wir wieder einen Trainer, tatsächlich, ne, viel Zukunftsgespiele, viel Zukunftshoffnung, äh, aber vielleicht wieder einen Trainer, der mal zwei, drei, ja, Jahre bei uns tätig war. Dann auch sehr interessant, Rookie of the Month, also dieser Jugendspieler-Award quasi, wo wir auch bisher maximal abgesahnt haben. Also wir hatten bis auf den Januar mit, ähm, wo es bei uns ja auch nicht so besonders lief, wo dann Matthew Hoppe wurde und, äh, den Allerersten, wo auch, glaube ich, Karlajcic oder Klimovic einer von den beiden, ähm, Kandidaten war, aber halt dieser Hype von Dortmund, ne, ist immer dieses Abstimmungsding von Fanlagern auch, äh, wurde es halt der Benningham, aber sonst wurde es ja auch mal der Klimovic, es wurde mal Silas, glaube Silas dreimal, zweimal, auf jeden Fall auch schon, schon mehrfach. Und jetzt wieder stehen zur Auswahl, sehr, sehr gerne voten, ähm, Mafropanos mit drin und Silas und der Lacroix von Wolfsburg, der das bestimmt auch so ein bisschen verdient hätte, liefert da ja gut ab. Ähm, ich glaube, am realistischsten ist echt, wenn wir aus VfB-Fansicht den Silas voten, ähm, weil sonst nimmt man sich ja gegenseitig die Votes weg, ist aber auch realistisch, dass es halt der Mafropanos wird, habe ich auch schon auf Twitter gesehen, dass da halt, ist er von Arsenal ausgeliehen, eben auch eine fette Fanbase, die sehr interaktiv ist, ähm, ähm, dass da schon die großen Aufrufe kam, von wegen, votet für den, also es kann schon gut sein, dass durch die ganzen Votes es auch Mafropanos wird, ist auch recht egal, so, wäre wieder, es wäre der nächste VfB-Spieler, Wahnsinn, siehste mal, was da läuft in Sachen Jugendleute, in Sachen Nachwuchs, in Sachen Talente, das ist anders, diese Rookie of the Month zeigt das perfekt für jeden abgesahnt bisher und ich glaube, Rookie of the Year oder Rookie of the Season quasi ist auch so ziemlich sicher, dass es Silas wird, ähm, auch sehr interessant, das letzte Mal, dass ein Spieler das VfB wird, in einer Saison 8, ähm, also Borna Sosa oder mehr Assists, also hat er ja aktuell 8 Stück, ähm, so wie es hier steht, oder mehr Assists erzielte, waren es Saison 13, 14, er hatte Maxim 12 und Traoré hatte 8, ja, das wird er, glaube ich, also die 12 könnte er bestimmt noch knacken, die 8 hat er ja jetzt ja auch schon, deswegen zeigt auch die Derby-Qualität, die irgendwie bei Sosa jetzt auf einmal rausgesprossen kam, seit der Vertragsverlängerung, anders kann man es ja nicht sagen, dann hier leeres Stadion, statt ausverkauftes Haus, ein Jahr ohne imposante Zuschau-Kulisse beim VfB Stuttgart, hat es ja gejährt, am 9. März, war ich auch noch im Stadion, ähm, vor 54.302 Zuschauern ist 1 zu 1 gegen Bielefeld, damals im Top-Spiel, habe ich auch auf Instagram einen Post rausgebracht oder auch einen Community-Tab, nochmal verlinkt das Video, hat sich einiges getan seither und, ja, die Szenen suchen wir natürlich nicht unbedingt klein, seitdem man endlich wieder ins Stadion will, aber, was willst du machen, so, geht halt nicht. Ähm, laut Sky soll Martin Kaminski bei Schalke 04 auf dem Zettel stehen, ähm, spielt ja bei uns gefühlt keine Rolle mehr, ist im Sommer auch Vertragsende, würde, glaube ich, Sinn machen, ist, glaube ich, kein verkehrter Transfer für die Schalker, wenn sie denn tatsächlich, nach dem, wonach es ja deutlich aussieht, den Schritt in die zwei Liga runter machen müssen, ist, glaube ich, Kaminski keine, keine schlechte Personalie. Ähm, Camp vor Verlängerung, das haben wir schon tausendmal drin, Kligo jedes Mal so, als, ähm, ja, als würde er gefühlt in zwei Tagen unterschreiben, also das Ding scheint keine Frage mehr von Ja oder Nein, sondern eine Frage von Wann zu sein. Was hier auch noch ganz, äh, mit drin steht, ähm, Briegel die Bild, ähm, der Bunzige ist, wollte er dem Infragan zu sehen seine Ausstiegsklausel abkaufen, das heißt, er hat noch eine, weil Altersvers oder alle Verträge, die Missnittat gemacht hat, ähm, haben ja laut ihm keine Ausstiegsklausel, jetzt mal Trainer ausgenommen, aber Spieler und er selber haben ja alle keine Ausstiegsklausel, das heißt, der Camp-Vertrag ist immer noch der ältere, quasi von Reschke damals, und hat dann wohl eine Ausstiegsklausel, und ist dann, glaube ich, auch absolut keine schlechte Idee, die dem abzukaufen. Ähm, weil du hast einfach so viel mehr Handlung, oder so viel mehr selbst in der Hand, wenn der Spieler halt keine Ausstiegsklausel hat. Ähm, hier Matarazzo schon, Kalajic, Schwamke, Duka und Mafropanos, Gonzales und Mola wieder auf dem Rasen, Tommy trainiert voll, das sind so ein paar Meldungen aus dem Kickerartikel, sehr interessant, das heißt, so langsam, wir haben ja sowieso unsere ganzen Verletzungsmisere sehr stark abgebaut, aber auch schön, dass es und Mola wieder auf dem Rasen ist, Gonzales drückt, mal gucken, vor allem bei Mola, wann er mal spielen darf, ne, und Gonzales, wann er wieder reinsteigen kann, Tommy ist auch wieder voll dabei, und dass die drei jetzt hier genannt wurden, zum Beispiel natürlich mal ein bisschen Pause bekommen, macht auch Sinn, ähm, sind ja eben vor allem so mit die auffälligsten, ne, Silas und Mafropanos, nominiert für, ähm, Rookie, und Sasa kommen wir gleich noch dazu, nominiert für Player of the Month, also Spiele des Monats in der Bundesliga, ähm, machen wir weiter, Interview mit The Athletic von Missing Tut, ne, das englische, ähm, ja, englische Zeitung, weiß ich gar nicht, ist das englische Zeitung, auf jeden Fall ein englisches, äh, Blatt quasi, äh, wo er ja früher auch war in England, mit, mit Arsenal, hat da ein bisschen geschwätzt, und auch gesagt, Stuttgart are huge prestigious powerhouse, einfach geil powerhouse, das ist ein schöner Satz, ähm, ja, hat er ja auch recht, und ich glaube, der, der findet unseren Verein schon recht geil, also ich glaube, diese ganzen, klar, irgendwann wirst du ihn nicht halten können, wenn irgendwann Dortmund kommt, und irgendwann hier und da und der kommt, aber ich glaube, die, die bei uns gerade arbeiten, finden das schon ziemlich geil, dass sie bei uns arbeiten, und was sie da aufstellen, und was da gerade läuft, deswegen da auch nur nochmal eine weitere, weitere, ja, Unterstreichung davon quasi, wenn es überhaupt ein Wort ist, Unterstreichung, ähm, dann hier sehr interessant, auch Kicker, Behörde schließt ungewöhnliches Verfahren ab, Datenaffäre, ob ich gehört, muss 300.000 Euro bezahlen, ähm, ja, dieses Bußgeld wurde vom Landesdatenschutzbeauftragten, ähm, belegt, die VfB Stuttgart AG geht das Ganze an, das heißt, damit ist das Ding durch, hat sich nochmal bedankt, ähm, für die, ja, waren scheinbar sehr gut dabei, halt, ne, mitzuspielen bei den Sachen, ne, haben sich kooperativ gegeben, der VfB, äh, ungewöhnlich war es natürlich für die schon, weil normalerweise ist sowas wahrscheinlich nicht so an der großen Glocke, wie es jetzt gehangen hat, ähm, ähm, ne, ein paar Fragen gibt's noch, auch in den Sachen dieser E-Mail, die anonym zugespielt wurde, das ist halt das einzige große Ding, so, hä, die ist gelöscht, wo man sich als Fan nochmal fragen darf, was da abging, ähm, ähm, genau, aber es waren ja diese, eben diese 100.000, ähm, personenbezogenen Daten, ums diese am Ende geht, und jetzt scheinen sich das Thema bald, bald, äh, zu schließen, der VfB hat sich natürlich dann hier auch nochmal offiziell gemeldet, akzeptiert das Bußgeld, ähm, ja, mit dem Abschluss des Verfahrens bekennt sich der VfB zu seiner datenschutzrechtlichen Verantwortung, er bittet seinen Mitglieder und Fans um Entschuldigungen für die Vorfälle in der Vergangenheit, ist auch ganz schön, klar, müssen sie sagen, aber trotzdem schön zu lesen, einfach dieses, diese, ähm, das Entschuldigung halt zu hören, zu merken, jo, wir haben Scheiße gebaut, Entschuldigung, wir machen da weiter, gibt es auch irgendwie, glaube ich, hier, ähm, dass sie halt helfen jetzt in Sachen, ähm, Datenschutzaufklärung und so weiter, hier, Datenschutz bei Jugendlichen, ähm, für VfB-Nachwuchsmannschaften und so weiter, dass sie da Schulungen und sowas machen, um da ein bisschen helfen, ist auch schon mal ein gutes Zeichen, und ich finde es hier gerade nicht, aber ich meine, oder ich bin mir ganz sicher, dass ich es gelesen habe irgendwo, hier genau, Montag werden Thomas Hitzisberger und ich noch einmal ausführlich zur gesamten Thematik öffentlich Stellung beziehen, äh, zudem werden den VfB-Mitglern dann auch noch weiter für eine Information zugehen, das hat dann der Vogt, ähm, gesagt, in dieser VfB-Meldung, sei es am Montag, ähm, das ist dann der 15. März, sollte das Thema gefühlt komplett durch sein, auch sehr schön zu sehen, ähm, ja, genau, machen wir weiter, schöner Tweet dazu, 3 Euro pro Mitglieder Datensatz, das ist aber günstig, ähm, Datenerfirma VfB gehört von, ähm, Weiblinger Zeitungsverlag, der stellt eben genau diese 2 Fragen nochmal, wie und in welcher Form wird der ESECON-Bericht veröffentlicht, das ist die erste Frage, die noch offen bleibt, weil Vogt meinte immer, er veröffentlicht, mal gucken, äh, und dann, warum mussten die Vorstände Stefan Heim und Jochen Röttgermann gehen, weil die ja schon mal nichts direkt damit zu tun hatten, aber trotzdem rausgeschmissen wurden. So, dann kommen wir hier nämlich zum Bundesliga-Player of the Month, da bitte, bitte, bitte für Karlajic voten, klar, du hast auch, äh, ein bisschen Konkurrenz noch, ähm, mit Sancho, mit Kostic und so, aber vielleicht kriegt man es ja die Abstimmungs-Power hin, dass es Karlajic wird, das wird jetzt nicht, das wird jetzt nicht die behindert geilste FIFA-Karte überhaupt, aber es wäre unsagbar geil, nachdem es Endo in Form hatte, nachdem es, ähm, weil man Ketuka seinen Silberstar hatte, wäre natürlich geil, ganz wirklich gefühlt ein Dreieck bauen, ähm, mit Karlajic, und so eine ganz, ganz reudige Karte würde er auch nicht bekommen, dann boosten es halt seine Stats mal ordentlich hoch, und die beiden, ähm, Links dazu zum Play of the Month-Ding und Rookies sind auch ganz oben in meiner, ja, Liste an Links quasi in der Videobeschreibung, Stuttgart will Mafropanus halten, beziehungsweise Misslindad will vor allem Mafropanus halten, ähm, hat sich hier geäußert, würden gerne nochmal eine Saison-of-Lieh-Basis behalten, muss mal gucken, hängt natürlich dann mehr von Arsenal ab, von seinem abgebenden Klub dann, VfB-Mitglied stellt Strafanzeige, auch sehr interessant, hat Strafanzeige gegen Unbekannt beim VfB-Shirt gestellt, ja, mal gucken, was da jetzt dann noch so raus, äh, resultiert, also, keine Ahnung, äh, was, woher da jetzt kommt, wie, wie weit das irgendwie auf was aus ist, wegen Verdachts des Geheimnisverrats und Datenschutzverstoßes zur Schädigung Dritter, ähm, hier geht es um die Weitergabe von Inhalten des ESEKOM-Berichts an diverse Medien, mal gucken, ob da noch irgendwas passiert, ähm, genau, dann hier, Carlos Ubina heißt er, glaube ich, hat auch geschrieben, Heim und Rüttgermann klagen gegen ihre Entlassungen, was den VfB viel Geld kosten könnte, eine halbe Million Euro kassiert alleine die Kanzlei ESEKON, ähm, ne, da hat es immer noch nicht ganz abgehakt, dass er nicht aufgestellt wurde, ich meine, er kann immer noch aufgestellt werden, ne, wir haben ja alles verschoben jetzt in den Juni, Juli, ähm, aber hat einer geschrieben, tatsächlich befindet sich mein Name unter dem offenen Brief von C, allerdings wurde ich vor der Veröffentlichung des Briefes weder über seinen Inhalt informiert noch gefragt, ob ich ihn diesen unterzeichnen möchte, also, da gucken wir dann noch ein paar mehr Storys dazu rauskommen, aber, ja, diese Kausa, Kausa C ist irgendwie auch ganz, ganz wildes Ding, dann zum Abschluss kommen wir noch zu den bisschen Träumereien, hier quasi um die Conference League, hier ein Tweet in die Richtung von Endo, ähm, hebt die Trophäe hoch, in Tirana im Mai 2022, ist auch geil, oder Revanche VfB gegen Rijeka, ist ja dann ein Deal, finde ich auch unfassbar geil, und das letzte Bild hier, äh, VfB Stuttgart Europa League, wo man quasi dieses, ähm, ich weiß nicht, ob es das offizielle Conference League Logo ist, aber man halt das so ein bisschen mit dem VfB, äh, ja, gephotoshoppt beeinflusst hat, das Bild, finde ich auch sehr, sehr geil, und dann wären es das, die News für heute gewesen, vor allem wichtig, bitte, stimmt für die ganze Scheiße da ab, stimmt für unsere Jungs ab, und sonst, ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören bei euch, und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.